Ich heiße Salina, ich komme aus Kiew und jetzt wohne ich in der Schweiz seit einem Jahr und arbeite ich beim Starbucks als Barista. Ich habe mein Lebenslauf ausgedrückt und dann bin ich nach verschiedenen Restaurants und Cafés und Hotels gegangen und gefragt, ob sie einen Job für mich haben. Und drei oder vier haben gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Job zu finden. Wenn du motiviert bist und wenn du wirklich das willst, aber sie muss fragen. Es ist ganz wichtig für mich, selbstständig zu sein und diese Stabilität zu haben. So in der Ukraine, ich hätte meine Wohnung, meinen guten Job. Ich bin hier jetzt und ich will ein gutes und normales Leben hier leben. Wenn ich in die Ukraine zurückgehe, denke ich, dass es eine gute Sache für mich ist, diese Erfahrung in der Schweiz zu haben. Für meinen Lebenslauf, das ist ein guter Plus, das ich kann benutzen, wenn ich einen guten Job will in der Ukraine zu finden.